Wir von Kumbus Welt sind die einzige Bar in der Dresdner Neustadt, die euch mit fantastischen Pilsner Urquell-Tankbären versorgt. Dazu gibt es bei uns ausgewählte Gerichte der 60-bürglichen Küche und wir zeigen euch heute einfach mehr davon. Urquell-Tankbier macht das Kuvers hier in der Dresdner Neustadt einzigartig. Ihr seht diese wunderbaren, kupferfarbenen Tanks, brei gefüllt mit 500 Liter, bestem, unpasteurisierten Bier, was direkt aus der Brauerei kommt, ist das Lebenselixier nicht nur für uns, sondern auch für den kompletten Laden. Mit drei verschiedenen Zapfstilen zaubern wir euch auf diesen besonders aromatisch-authentischen Bier nach eurem Geschmack. Ein würzig herbes, ein ausgewogenes, ein malzgesüßes Bier. Wir von Kumbus Welt kombinieren an der Stelle traditionelle Braukunst mit der 60-bürglichen Küche. Und unser Chatkoch schafft es einfach durch seine jahrelange Erfahrung, auch dort natürlich genau die Aromen des Bieres zu vereinen mit der würzig-deftigen Küche. Kumbus Welt ist einfach unser Herzensprojekt, mit dem wir euch gerne zu uns einladen wollen, in eine gesellige, entspannte Atmosphäre, bei leckeren Getränken und fantastischem Essen. Also kommt vorbei und begibt uns gern. Untertitelung des ZDF, 2020